So, da bin ich mal wieder zurück und ein großes Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute wieder mit einem super Video. Und zwar, Let's Play Embleme auf der Playstation 3. Mein erstes Embleme-Video habe ich, glaube ich, bei Shoxmile gesehen. Shoxmile ist ein YouTuber, richtig cool, hat immer diese Intro-Musik. Ich habe heute wieder ein kleines Sting-Embleme-Video vorbereitet und ich suche mir jetzt einfach mal ein paar Leute aus, aus meiner PSN-Freundesliste. Hier haben wir zum Beispiel Sarial61, ich spiele gerade Herrschaft auf Nuketown, wen sind interessiert? 2.025, Level 30, Prestige 9, Respekt an dich und Rang 93, Liga-Bester und hat ein richtig cooles Emblem. Sieht aus wie ein Tannenbaum mit einem Joint. Ein Tannenbaum mit einem Joint, wenn ich falsch liege, sag's mir, aber sieht geil aus, muss ich sagen, lieber Sarial. Richtig geil, bei dir war ich schon, du hast kein Emblem, Duty Boy ist Raffi, Umer Simpson, richtig cool. Ich suche jetzt hier einfach mal die Leute raus. Hier haben wir Alex Cookie Cakes, hat hier ein Smiley-Emblem mit Scheiße, glaube ich. So, was ich sehe. Ja, es sieht aus wie Minecraft, hier ist Buri mit einem F. Netzwerkstecker, kennen wir schon. Hier haben wir was. The Furious 01, hat hier ein schönes Kanal-Emblem hier. YouTube AT Pro Gamer 18, hast du echt schön gemacht, muss ich sagen. Und dann hat Abut 96, ach, das, das, das haben wir euch ja schon gezeigt, glaube ich. Das auch ganz schön gemacht. Das ist auch ganz geil, die Chaoten HD, YouTube, sieht cool aus. Man muss erstmal drauf kommen, auf so ein Emblem. So, jetzt ist wieder mal ein Internet, so langsam. Ich suche nämlich hier geile Embleme raus hier, wie es auch gibt. Das ist ein Auge, irgendwo am Japanischen, das komische Ding da. Der hat auch F, ich weiß gar nicht, was dieses F bedeutet. Man, vielleicht für's dir das, ja? Little Stuart 123 hat hier auch ein geiles Emblem. Guck mal, Luca Gamer, 99. Oh, da ist nix. Ein iPhone 5 oder so. Wir müssen Telefine schützen. Das ist ganz klar, auf jeden Fall. Mackie Man, Horstlichter. Montana Black, Leiter plus Auto ist gleich Liebe. Nikolai, Pidobär. Nenexu, what the fuck, man? Den Schmerz. Da ist Patrick Star. Ora, what I do? What the fucking creepy? What the fuck? Okay. Pixel ALP. Alla ne geile Comicfigur. Mir fällt der Name grad nicht ein von diesem Ding. Drei Sterne ist auch cool. Sogar der die am Start. Und das letzte Emblem. Was wird das sein? Genau. USK ab 18. Von The Blackhead. Mann, oh Mann, das hat ja echt Spaß gemacht, hier die Embleme durchzuforsten. Fast jedes Emblem ist ein bisschen anders. Ich hoffe, diese Embleme haben euch gefallen. Ich werde natürlich jetzt nicht alle Embleme machen, sondern die anderen, die jetzt nicht dran gekommen sind, kommen irgendwann mal beim nächsten Mal dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt schön gechillt und ihr könnt die ganzen Leute anschreiben und mit denen zocken. Ich sage tschau. Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Tschau.